und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play paper mario 64 im kristallpalast wir haben in der letzten folge den blauen schlüssel gefunden und ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal zurück aktivieren den schalter damit der blaue raum kommt und dann gucken wir doch mal wie es hier weitergeht und die zeit trägt beim heute schon den 20 mai und da kommt das remake zum zweiten teil raus und ich bin immer noch nicht durch mit paper mario 46 wird alles sehr knapp obwohl ich schon mittlerweile zwei bis zwei folgen am tag raushaue das ist schon merkwürdig warum hat das hier nicht reflektiert ich weiß es nicht nicht dessen mit der reflektion jetzt obwohl das mit den rändern sieht man ja auch dass da keine weiße verfärbung ist was als der verwirrend wie viele minzen habe ich denn mittlerweile das wollte ich nicht 325 das gilt für klar und er will ab ist ja auch schon so gut wie im hause weich mario ist da wir sollten ihn besser ordentlich durchschlopfen um den ersten zumindest down zu machen deswegen mache ich mal kurz auf provo auch 90 verwandelt sich jetzt im buch effekt macht mich jedes mal noch höre ich liebe es aber mit buch kriegen wir das ganz gut hin nein der echte mario ist zu stark für uns ich kriege nicht mal münzen jetzt sind wir hier hinten da mache ich mal backtracking wenn ich auf der anderen seite bin ist hier vielleicht irgendwas spannendes ich weiß schon nicht dasselbe raum ist auch fünf sterne spült so ok nehme ich auch halbücchen hier monster hüse toppils vom voltpils hab ich noch nie gebraucht kann da bleiben ähm Ich glaube, ich nehme mal Superbeben. So, dann bist du noch da und du verwandelst dich hoffentlich erst mal. Das ist die Folge der Buß. Ach, dafür stand der Ex in der letzten Folge im anderen Raum. Da war doch was, was rot markiert war. Ich gehe erst mal hier lang. Mist. Mist. So, ich möchte erst mal den hier wegmachen. Und um. Nein, nein, nein. Ah, Mist. Toll. Ich habe es ermuddelt. Hier kommt ein Geflogen. Und was machst du? Machres plus eins. Da geht wohl klar, würde ich mal sagen. Dann machen wir erst mal den hier weg. bumm, bumm, bumm. Okay, du verwandelst dich. Das ist auch kein Problem. Oh Gott, noch mehr Angriffs plus. Hätte nur nichts genutzt. Blöder Kamek. Einzige, der die Ohren kriegste. Ich weiß nicht, gehe ich erst hier lang oder erst mal zum... Hier weiter. Ich weiß es noch nicht. Ah, gehen wir erst mal hier lang. Wir müssen ja eh wieder zurück. Hm, toll, hat sich hier echt gelohnt. Ey, wie viele Sternen mit wir schon haben. Wir haben genug Sternenwinde. Ich habe gesagt, wir haben genug. Wir brauchen nicht noch mehr Sternenwind. Dann kommst du hier. Ich bin erst ein Kriff erfüllt. Ich bin erst ein Kriff erfüllt. Nee, komm. Wenn ich noch mehr GB-Punkte verschwende. dass das hier nicht automatisch auf Sprung setzt. Ich weiß, ich bin Moza. Nur noch 15 Erfahrungspunkte zum Level. Kriegen wir auch noch ein. Kommst du? Ja, gut. Andererseits. Wir stehen ja kurz vor dem Level ab. Mal gucken, was du anrichten kannst, Sushi. Mist. War echt sehr schlecht. Mist. Mist. Das war's für heute. glück mitglieder wechseln unsere leiste ist aber fast wieder voll noch acht erfahrungspunkte lässt du hast den herauf ordner halten sind die angriffskraft 1 erhöht die verteidigung 1 nicht immer wir haben schon eine gute verteidigungsbasis und ich liebe es fünf schadens machen aber jetzt wo das hier frei ist vielleicht dann jetzt auf der anderen seite ja auch feiner was wir gehen dann noch mal zurück die katzen werden jetzt auch so langsam macht okay hier ist ein roten schlüssel hier bitte nicht meine bruder auseinandernehmen leute was wer seid denn ihr warum versucht ihr alle wie ich auszusehen mario sag bloß du kannst die wahl im bett nicht haus und erkennt mich doch oder das habe ich gehört du verprattest liegen du betrügerin sternchen ich bin die echte moment sternchen und nein nein herzchen mario schau mir in die augen und du wirst die wahrheit erkennen herzchen ich bin die wahre bombett nur ich kann die echte sein die älterin hier sind nur lügnerin herzchen 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 ich bin es mario ich war nicht auf diesen üblen trick rein wenn du dich täuschen lässt jag ich dich in die luft ich mich nicht an ich bin die wahre bombett bitte vertraut deinen augen und sie mich am punkt punkt ich lüge nicht nein ich hab ich hatte es nicht mehr aus mario schmettern betrüger in den hammer um die ohren die alle geben vor ich zu sein ich halte das kann es konnte länger aus aber das ist eine nette idee das wird die sache klären eine sekunde ich muss meine katze befreien latina weiter geht's ich bin die echte im bett also wagt es nicht mich zu schlagen also du bist schon mal definitiv falsch du hast so viele punkte nein nein ich hätte meine bettverkleidung besser ausarbeiten sollen das werde ich denn nie vergessen du hast so viele aufrufe zeichen was warum hast du mich geschlagen das darf nicht wahr sein du hast es herausgefunden was hat an meiner verkleidung nicht gepasst du hast so viele herzen benutzt okay du musst sehr schlau sein um das herauszufinden dass ich ein betrüger bin verflucht ich dachte wir hätten dich völlig verwirrt ich komme wieder keine frage und du hast sternchen benutzt irgendwie ist es dir als auf also gelungen durch meine verkleidung zu sehen verflenzt ich dachte sie werden undurchschaubar wenn du mich mit dem hammer gestern hätte das hätte ich dich beim nächsten dicker gesprengt aber du hast es ja nicht getan ich bin so froh dass du mich als die wahren moment erkannt hast häzchen tschüsschen auf never mind okay moment das belohnung dass du die nächste gegner sprengen immer alle punkte aus die wir haben ob wir auch wieder auf die andere seite kommen aber komm mal schloss auf der anderen seite geht auch runter da kommen wir definitiv lang wer bist du der große mächtige kristallkönig hat mir befohlen hier niemanden passieren zu lassen du fährst nichts gutes im schilder daher muss ich dir nun leider sehr wehtun okay bombe jetzt mach mal die mega bombe so kamek bleibst du hier oder rennst du weg wie im hintergrund einfach diese statuen sind ich mach die flieger nein hätte ich den noch besiegt hätte ich genug erfahrungspunkte gehabt es verschwindet dann im hintergrund muss ich mich erst hier frei kämpfen wenn du hier vorbei willst dann musst du erst an mir vorbei dann mach ich erst mal den hier platt nur für die erfahrungspunkte jetzt muss ich dich wechseln weil ich möchte gerne erst mal kamek weg machen ich weiß nicht was die macht ob sie gegner noch mal bufft oder heilt ich weiß es nicht aber besser weg ist nicht vorhanden nein ich hätte nicht erfahrungspunkte genug gekriegt weil die gibt ja nur eins jetzt habe ich es vermasselt heute bin ich nicht so schnell schnell nach links drücken aber ja level up ich nehme nochmal bp punkte okay die sind weg ich muss mich tatsächlich hier vorbeikämpfen hey hast du nicht gehört ich sagte ich schwöre mich nicht vom fleck hast du kapiert hast du eine vorstellung davon wie sauer der kristallkönig sein wird wenn ich dich vorbeilasse ich will nicht dass er sauer auf mich ist deshalb muss ich dir jetzt eine lektion erteilen okay mach das mal vom bett du darfst wieder mega bomben ich liebe es okay hier kann man nicht weiter dann gehen wir doch mal durch diese tür dann läuft schon jemand zu hause das teilkönig komm da hin und hier ist nichts okay ähm vom bett das ist so gut gemacht ja sieht doch nicht so aus als wäre da was zum sprengen und er ist angriff erst mal wieder alles sprengen ne bombeck so ja nein wie komme ich denn da an die tor oder kann ich da doch springen tatsache ich liebe es bisschen es reicht doch einfach nicht mehr zu alles machen gegen einen punkt dann mache ich doch einfach mal erstmal sternensturm dann machen wir das so und die mega bombe das ist jetzt nicht super genau genau das ist ja alle verwandelt ist jetzt nicht super darauf habe ich nämlich jetzt keine lust Was ist das denn hier? Ein Fachgriff und lässt Mario drei Items pro Runde einsetzen. Das finde ich praktisch. Von den ganzen Sternendinger Spam. Wie viel kostet der dann? Drei. Das XPP. Mit dem hier. Aim. Okay, hätte ich auch überhaupt nicht ausprobiert, ne? Ähm Mario, ich bin der echte Koopa Aber das weißt du natürlich Nicht wahr, Junge? Ich komme gerade, oh nein Mario, sieh mich an Ich bin der einzig echte und wahre Koopa Niemand sonst sieht aus wie ich Ähm Mario, komm schon, ich bin Koopa Ich meine, das ist doch lächerlich Ich bin der echte Koopa, Söhnchen Du glaubst mir doch, oder? Ich bin der echte Koopa Da besteht doch wohl kein Zweifel, oder? Aber doch Alter Kumpel, am besten ist es Du ziehst diesen Betrüger einen nach dem anderen eins über Das ist eine gute Idee Ey Bruder, verhause sie alle Außer mir, okay Du musst über so eine Art Sechsen Sinn verfügen, Söhnchen Du wirst noch an mich denken Ich komme wieder, keine Frage Ausch, das hat weh getan Aber gute Arbeit Du musst die Augen eines Adlers haben, um mich erkannt zu haben Ja Verflixt Mario Gut gemacht Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast Aber du hast mich erkannt Und tschüss Bruder, ich hab doch so oft gesagt, dass ich der richtige Koopa bin Das ist so gemein War nur ein Witz Ich habe wirklich geglaubt, dass du es glauben würdest Ja, ja, gut gemacht Mario Ich wusste, du würdest es schaffen Waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe Und weiter geht's Gehen wir erstmal durch diese Tür hier Ähm Ich stelle von Super Pits, ganz ehrlich Ich habe kaum noch BB Punkte Dann nehmen wir doch erstmal einen Ahorn Sirup hier Und dann kann ich auch direkt beim Super Pits mitnehmen Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter, oder? Warte, wenn das da ist, dann Na, weiter hier Na, weiter nach vorne Also manchmal sind die Reflektionen echt verwirrend Hier brauche ich einen Schlüssel Mama, ich hab mich mal laufen Ab wieder Und das kann ich jetzt Geben? Oh oh Muss ich ja im anderen Raum ja auch was getan haben Ähm, Sprung Glück Komm, setze doch mal Feuerremper ein Schon mal zwei erledigt Autsch Verteidigung plus eins Das würde nicht mehr viel bringen Ja, mein Manni Ja, mein Manni So, verdienst du Ist hier jetzt der Schlüssel drin? Na, rauf und ab ohne halt Das ist bestimmt jetzt in den anderen Raum den Schlüssel noch drin Den holen wir uns noch Auf Auf Wenn ich den Prinzip mag, Mit den ganzen Räumen ist schon ein bisschen Schreckungskontent, hm? Erster Angriff erfolgreich. Nur weil ich das kann. Dann einmal Feuerpanzer. Oh nein, ich hab's voll verkackt. Ich musste gedrückt. Oh, ich hab's voll mit den anderen Attacken gehabt. Gewechselt. Ja, das hab ich verdient. Was macht ihr? Der Gegner macht transparent, ja super. Das ist sehr blöd gelaufen. Oh. 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 Ich hoffe, es kommt bald so. Heile dich, Block. Oh. Oh. Hey, lass den bitte schön an. Nein. Nein, sonst bleibt mir mal hier nix übrig, ne? Wie will. Wie will. Oh. 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 Ich hoffe, ich hab alles aufgesammelt an Geld. Oh. Oh. Gut, dann würde ich mal sagen, geh mal zurück. Öffnen die Tür und dann ist die Folge schon vorbei. Und dann nehme ich direkt in Anschluss die nächste auf. Gleich schon mit dem Bosskampf. Wer weiß das schon. Oh, ich glaub, ich muss die alle da hinschieben, hm? Oh Gott, das wird ja spaßig werden. Gut, dann sag ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, Tüdelü.